ohne wenn und aber aufmarsch ab zum hexagon wir sind komplett ausgerüstet wir haben bisschen gelevelt gegen die monster kriegen wir schon klein ich bin gespannt wird es jetzt funktionieren ich vermute mal ziehen jetzt war alleine los aber warum nicht das ist ja natürlich der nächste anschnitt den ich jetzt kenne du stehst wir voll im weg ja dann willst du du hast x drauf ach ich hätte mich mal heilen sollen lederhut jetzt finde ich einfach meine ausrüstung abwehr ja ist sogar besser ausrüsten jawohl sexy jetzt bin ich sogar in leder kleidet ja ich sollte mich vorher heilen ich dumm düdel also auch meine mp auffrischen das ist ja echt geil dass man jetzt jedes einzelne teil sieht und das für den ds hammer selbst den drink auf der playstation 2 hätte man das auch machen können bisschen enttäuscht eigentlich von der play c2 weil da hat man ja nur bestimmte kostüme nur für den helden soviel ich weiß gibt es nur ein spezielles kostüm und halt nur für natürlich ein bisschen zu provozieren ne das inne ist jetzt zu ne das weiß ich kann gar nicht sein ähm und halt ja nur jessica jengos und angelo stehen da dumm und die haben kein spezielles kostüm finde ich ein bisschen unfair ganz ehrlich aber ich finde das hier so geil dass man jetzt jeden einzelnen gegenstand jetzt sieht bis auf vielleicht ringe und ohrringe ich weiß nicht was da gibt was für was für zubehörer weil irgendwie ein zubehör das sieht man wahrscheinlich nicht aber ähm schwert schild kopf brust beine füße was auch immer ähm das problem ist wie heile ich mich jetzt kann ich mich jetzt bei ihr heilen oder muss ich jetzt erstmal ganz woanders hin ihr wollt mir über das helte kann erfolgen wenn ihr die straße zu pass hoch rennt und dann am weg weise nach söden geht trifft ihr auf eine andere straße am ende dieser straße findet ihr die ruinen die wir hexagon nennen dort mussten wir früher immer durch wenn wir nach stingsburg reisen wollten ok ich glaube sie sagt immer noch dasselbe gehen wir mal zu oscar wenn nicht dann muss ich halt mit meinen mickrigen mp aushalten vielleicht hilft er uns ja mal schauen hallo doronia ist das wirklich nicht zu glauben wie mein vater und mir auf die nerven geht seit wir zurück sind mein koffer explodiert gleich so viel steht fest moment mal was hast du denn vor ich bin noch nicht fertig mit dir noch lange nicht tut mir leid vater ich höre dir zu vater wirklich okay der sehr beschäftigt das heißt ab zum hexagon jetzt wirklich weil ich kann mich nicht heilen also bleibt mir nur das übrig also keine mp heilung das heißt ich kann mich dreimal heilen und wie viel heil grauze habe ich gebucht habe 1 2 3 4 genug genug so auf zum hexagon geht alle weg muss hier hilda finden so jetzt gehen wir rein und wie kommen wir noch rein sehr schön so das hexagon etage 1 schauen wir uns ein bisschen um ich finde gut dass wir jetzt schon eine karte haben die drohnen ließ die inschrift aufgrund der vielen besten überfalle ist dieser weg bis auf weiteres gesperrt ein geist hallo weisen sie mir den weg werter geist kann das sein das sehe ich auch auf meiner karte aber vielen dank dafür wir sprechen jetzt erstmal mit ihm auf der rückseite diese statu ok ja erstmal 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 an der front äh untersucht die rückseite ok äh sie finden eine taste im necken der statu das zu drücken ein geräusch als ob sich irgendwo etwas bewegt hat äh hier nichts irgendwo muss was aufgegangen sein auch hier die musik oh himmlisch ah das ist von schiebedingen cool was haben wir denn hier ein ein leder schild ich glaube das ist echt das nervigste das kriege ich hier umsonst was und äh habe gekauft aber das ist nicht so schlimm mein gott ist die erste das sieht aus wie ein labyrinth ach ich kann sogar noch drehen wir müssen den die kamera drehen oh war sogar die richtige wahl ich dachte nur aus der blauen troe kommt jetzt irgendwas geiles aber nö war nur ein blödes gegengiftkraut hat es hat es äh zu heißen dass diese viecher nicht vergiften können hier drin oder wieso schwebe ich wieso habe ich wieso habe ich jetzt gerade geschwebt das sah jetzt echt komisch aus als ich auf dem boden stand draco hallo draco unterschreiben flieht alles kein problem ok was gibt es eine schimären flügel geil die gibt es also auch noch voll oben klunkerbeutel nee äh lachsack genau der knuckelbeutel war die nächste höhere stufe alle mache ich kaputt mit einem schlag das sind doch keine gegner hier was war das denn hier zeig dir mal was oh drachenhieb ist nicht wirklich stark dann dann halt nur mal draufhauen eine heilkraut und eine heilkraut also äh um heilung sollte ich mir jetzt keine sorgen mehr machen ok die greifen mich also an von hier aus also es wäre jetzt gut wenn ich noch ein level abbekommen würde bevor der boss kommt ich denke mal schon dass hier ein boss kommt das ist halt erster dungeon ne also die mussten die ganz die mussten hier durch um aufs ding zu kommen hier ist noch ein bisschen irre ich dachte das wäre ein portal aber ne das ist ja extrem außergewöhnlich jetzt sind wir U2 oh ne Metallmeise voll cool äh eingreifen die hat ja extrem viel drauf gehabt so viele viele Wege hier geht es zu ner Truhe und da kriegen wir ein Fächer das heißt wir hätten kein kaufen und nun erreichen wir Stufe 8 Leute verbessern sich und haben Knirsch erlernt ein Eiszauber und ein Punkt hier rein nein ein hätte ich gerne ähm da mach ich jetzt schon mal zwei in den in Geschmeidigkeit rein und bestätigen das schon mal äh Doronnes Eingriff steigt um 10 wenn sie mit einem Schwert ausgerüstet ist fähige Fechterin hiermit wurde Doronia für die Erlangung des Schwert äh Schwert äh 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 Zertifikat der zweiten Klasse ausgezeichnet ja nice jetzt war das sogar oben extrem interessant oh Feuergeist gibt es hier auch noch ok kaputt 23 jawoll das Spiel macht schon Spaß dann macht richtig Laune das ist im Gegensatz zu äh 4 5 und 6 eigentlich nichts wenn die das so so gemacht hätten ne die ersten Teilchen also zumindestens äh Teil 6 hätten sie das so machen können ey das wäre echt episch also es geht ja auf den auf den normalen DS ne das ist nicht mal zum 3DS das ist ein normaler DS deswegen kann ich das ja auch äh emuliert spielen also da gab ok was bist du? du bist ja tot also ich hau ab ich bin gespannt komm her wer auch immer du bist dich kenn ich nicht ok du heißt einfach nur Geist hast ein etwas gefährliches an dir du siehst aus wie der Tod also äh ich hab ein bisschen Respekt also Firegeist du bist eigentlich auch ne Niete geh weg tot ich will dich ich will dich ich will mich nicht mit dir rum schlagen äh da geht's wohl weiter aber hier gibt's noch ne Truhe eine Mondrautenknolle ok zack rot du hast mir nix du kannst einfach nichts ähm hier geh ich jetzt nicht hin denn wir hatten noch einen Weg ihr wisst bescheid ich geh immer erst alle Wege bevor ich irgendwas anderes mache ich halte mich jetzt erstmal komplett mal hoch ähm Gepäck normale benutzen benutzen sehr schön sehr schön hier haben wir auch noch heilkräuter äh äh hier verschieden Gesten zuweisen es gibt mehr als ach das war das äh was haben wir denn hier noch äh äh wir machen das so und so zu zu begrüßen und dann werden wir jetzt äh äh was nehmen wir denn jetzt luft sprung verzweiflung weinen und erstaunen bestätigen wenn ich nach unten rücke macht die dann alles was ach cool ach cool ich hab keinen Schaden von so einem monster doch nicht äh sorry ok fiole weihwasser ja könnten wir mal austesten verhindert dass wir weniger äh kontakt mit monster bekommen mal gucken wie sich das hier aus genutzt ach ich bin unsichtbar aber wenn ich reinrenne bin ich selber drin schon das ist ja cool ich bin jetzt unsichtbar aber das zählt nur für den kampf ok das ist jetzt das hat also einen anderen effekt mehr oder weniger ich bleibe so lange unsichtbar vielleicht bis zu einer gewissen Zeit oder bis ich einen in einen reinrenne hm ok so wie viel Geld habe ich denn 500 so wir gehen nochmal hier runter und MO2 war noch ein Weg und zwar da unten das ist ja dann ist ja du komm ich dann weg und komm ich rein hier ist also nur eine truhe Was ist irgendwas geiles drin? 210 Goldmünzen. Ja gut, dann gehen wir hinauf. Jetzt haben wir alles erkundet. Allahs erkundet und jetzt können wir auch gucken, ob Hilder hier irgendwo ist. Das sieht immer so glänzend aus, aber ist nichts. Ich dachte, da kann ich immer was aufheben. Hier lang. Bisschen die Musik genießen, die ist echt wunderschön. Das geht aber noch mal weiter. Mit Ruhe. Geschickt Samen. Das ist jetzt ein ganz neuer Samen, den ich jetzt kennenlerne. Geschickt ist doch jetzt mit Ausweichen, ne? Oder was heißt geschickt? Äh, warte mal, Attribute. Was haben wir denn? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Äh, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Stil wieder. Abwehrangreifen, blablabla, macht, 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 Medizin. Scham, geschickt, Ausdauflinkheit, Stärke. Ich glaube, geschickt ist die Ausweich, äh, also zum Ausweichen. Scham, 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 habe ich jetzt keine Ahnung. Achso, weiß ich eigentlich auch nie, was das genau macht. Da bin ich echt überfragt. Kategorien, ne? Ah. Bade. Ich bin Bade. Berufungsstufe. Bade Stufe 8.